Willkommen zu einem neuen TechView Podcast und einem neuen Unboxing und wie man hier an der Verpackung schon sehen kann, handelt es sich um ein, ja diesmal chinesisches Smartphone Hersteller, nämlich Umi Digi oder Umi Digi, ich glaube Umi Digi heißen sie eigentlich und die haben vor kurzem ein neues Smartphone auf den Markt gebracht und ich habe das jetzt hier, ein Mittelklasse Smartphone und damit quasi meinen Einstieg in die Notch Welt, würde ich mal fast schon sagen, in die fast schon verbotene, weil so viele Smartphone Hersteller jetzt einfach versucht haben Apple nachzumachen und jetzt kommt halt eben Umi Digi daher mit seinem Smartphone, das kommt allerdings als Mittelklasse Gerät, würde ich mal sagen, in einer sehr schönen Verpackung daher, wie man hier sehen kann also diesem komischen hier abgetrennten Zeichen, das Umi Digi, dann sehen wir hier noch das GI von Digi, weil wenn wir uns aufschieben, haben wir hier auch nochmal das Umi Digi Logo und ja, auf der Rückseite dann den Sticker, also so schiebt man es auf und dann hat man hier quasi so einen Halter noch und hier kann man das Gerät einfach durch öffnen, also durch Hochheben öffnen aber bevor wir uns das Gerät anschauen, wollen wir uns die Spezifikationen noch einmal genauer anschauen, hier sehen wir die Spezifikationen und deshalb sagte ich ja Mittelklasse Hardware im Grunde genommen ein Mediatek Helio P23, da seht ihr auch die Bezeichnung MT6763, hat wie ihr hier sehen könnt 8 Kerne, also 4 Cortex-A 53 Kerne 2 GHz und 4 Cortex-A 53 Kerne aller 1,5 GHz entspricht also fast etwa dem, was man so in der Mittelklasse als wirklich Mittelwert bezeichnen kann also beispielsweise ein Snapdragon 636, beispielsweise wäre etwas schneller als dieser hier sehr schön ist, dass auf diesem Gerät direkt Android 8.1 ausgeliefert wird es gibt 6 GB Arbeitsspeicher, was sicherlich auch sehr schön ist, es ist LPDDR3 Arbeitsspeicher, soweit ich weiß, also sollte auch schnell genug sein es gibt 64 GB internen Speicher, das wird jetzt nicht der neueste UFS Speicher sein aber zumindest wird er schnell genug sein, dass das nicht durchweg laggen wird eine Besonderheit von chinesischen Smartphones, auch wie hier diesem Smartphone von Umidigi übrigens die Versionsnummer oder das Smartphone selber ist das Z2 für die Leute, die das interessiert das steht auch hier oben nochmal dran, ist, dass natürlich auch diese Smartphones mit Dual-SIM ausgeliefert werden und hier in dem Fall kann ich zwei Nano-SIM-Karten reinstecken oder ich kann mich entscheiden eine Nano-SIM-Karte und eine SD-Karte, hier TF-Karte genannt der Akku soll 3850 mAh haben, das dürfte durchaus für eine ordentliche Akkulaufzeit bieten aber wir müssen natürlich auch noch bedenken, eben der Mediatek in einer etwas größeren, nicht so stromsparenden Variante und dann das ziemlich große Display mit 6,2 Zoll zwar Full HD Plus Auflösung, also 1080 x 2246 Pixel, wie man hier auch sehen kann trotzdem kann es eben durchaus schon sein, dass eben dieses Display dann dafür sorgen kann dass der Akku vielleicht mal nur einen Tag halten wird aber ich werde das natürlich testen und euch dann auch sagen ansonsten gibt es in Sachen Kamera hinten eine 16 Megapixel und 8 Megapixel Kamera vorne 16 und 8 Megapixel, also genau das gleiche es sind unterschiedliche Sensoren, das kann ich schon mal vorweg sagen und ich werde auch testen, ob das hier diese 8 Megapixel, ob das wirklich eine Kamera ist oder ob das nur ein Fake ist weil die Gerüchte oder das, was ich bisher gesehen habe von dem Gerät eher dazu neigen, dass das eher Fake ist oder zumindestens, dass die Treiber dafür noch nicht fertig sind aber das werde ich natürlich alles testen ansonsten sehen wir hier noch die Bänder, die unterstützt werden und wir sehen, ja, auch Band 20, LTE Band 20 wird in Deutschland unterstützt genauso wie Band 25, 26, 28A und 28B, 34, 38, 39, 40 und 41 also es wird eine ganze Reihe von Bändern hier unterstützt dann gibt es hier noch auch, ja, den Inhalt der Packung, der steht hier nochmal drin aber warum soll ich das vorlesen, wenn ich euch das auch zeigen kann dazu einfach hier aufmachen dann gibt es hier ein sehr schönes Thanks auf Englisch nochmal alles beschrieben mit eben dem Dankeschön, dass ich dieses Produkt jetzt erworben habe und ein paar Giveaways to enter das werde ich mir mal anschauen dann haben wir das Gerät selber natürlich wie kriege ich das raus? hier ist keine Lasche, dann muss ich es umkippen das Gerät selber kommt jetzt in einer Hülle, wie es hier aussieht, daher die werde ich gleich abnehmen aber wir können ja schon mal gucken, wie das dann so ein bisschen aussieht Link to the World heißt das hier und das kann ich aufmachen und das hat dann wahrscheinlich den Papierkram und eine SIM-Nadel, wie man es so gewohnt ist und hier kriegt ihr also, und das finde ich schön das haben jetzt andere Hersteller auch nicht mehr so viel Papierkram und Flyer drin sondern nur noch ein kleines Booklet, wo im Grunde genommen alles drin steht Aua, das ist aber sehr klein hier geschrieben, muss ich ganz ehrlich zugeben naja, aber für die Leute, die eine Einweisung brauchen wo jetzt was zu finden ist am Smartphone und wie man das bedient, die können das machen das ist auf Englisch gehalten und auch auf Deutsch das Ganze gibt es also auch auf Deutsch und dann noch ein paar andere Sprachen, sicherlich auch Chinesisch mit dabei Italienisch vielleicht sogar wie ich das hier sehe und ein paar andere Sprachen sind auch mit dabei also das dazu gucken wir, was noch in der Box drin ist da sehen wir zum nächsten Mal einen ziemlich großen äh, ein ziemlich großes Ladegerät hier, wie wir sehen können und auch mit Folie verpackt und hier sehen wir dann auch die Spezifikationen und die sind ziemlich groß draufgeschrieben sodass ich euch das Ganze dann vorlesen kann 12 Volt bei 1,5 Ampere das heißt, es ist auch ein Schnellladegerät sollte also die Technik von Mediatek unterstützen ich habe vergessen, wie sie heißt Fast Charge oder so glaube ich heißt sie äh, damit sollte also das Gerät auch schnell geladen werden können was haben wir hier noch wir haben einen Adapter, wie es aussieht USB-Typ C auf äh, Klinke das ist, ja, leider so eine Mode geworden dass man dann auch Apple in der Hinsicht auch kopiert dass man einfach den Klinkenstecker weglässt und dann einfach das Ganze eben per USB-C einem dann möglich macht aber schön, dass der Adapter wenigstens mitgeliefert wird und dass man da nicht irgendwie extra was kaufen muss und ja, ich werde das natürlich auch testen und gucken, wie die Soundqualität dann mit diesem Adapter ist was die Kopfhörer angeht aber Kopfhörer seht ihr hier nicht also es werden nicht ausgeliefert sondern das letzte Kabel, was hier drin steckt ist ein rotes USB-Typ C-Kabel und das ist natürlich ein bisschen fast fancy erinnert so ein bisschen an OnePlus-Geräte und deren USB-C-Kabel und das ist ein Kabel, ja, das hat auch eine ordentliche Länge und fühlt sich ordentlich an fühlt sich gut an also, ja, das werde ich auf jeden Fall auch nutzen um das Gerät dann aufzuladen Apropos Gerät kommen wir direkt mal zum Gerät und ja, hier sehen wir noch Emergency of low battery state cause smartphone to not able power on and please keep charging connected device for 15 minutes before doing anything steht hier auch noch drin das heißt, man sollte auf jeden Fall das Gerät vorher laden bevor man das halt tatsächlich anmachen wir wollen es aber gar nicht anmachen ich werde jetzt erstmal mal die Hülle hier abnehmen beziehungsweise erstmal die Hülle zeigen die hat wirklich ein schönes gummiartiges Design und das flutscht auch einen nicht weg und es ist vorangebracht, diese Hülle was ziemlich interessant ist man kann sie aber auch abnehmen um ach, die ist aber richtig hart dran um dann auch das ganze Gerät zu zeigen lasst mich das mal machen und dann sehen wir das ganze Gerät mit Folie natürlich ich mache jetzt mal hier diese da scheint eine Schutzfolie und eine und eine extra Folie noch dran zu sein ich lasse mal die Schutzfolie drauf und will nur diese Notification Folie abmachen dann habe ich aber jetzt hier Bubbelblasen überall das wollte ich natürlich nicht vielleicht mache ich die Schutzfolie auch ab wer braucht Schutzfolien Schutzfolien oder ich mache sie nochmal setze nochmal drauf ach, was soll's Schutzfolien sind für Anfänger wir brauchen keine Schutzfolie und die hintere Folie mache ich auch ab so dass ihr sie nicht sehen könnt ihr könnt aber sehen was drauf steht und zwar Fingerprint Scanner und der SD-Karten-Slot Volume Up, Volume Down und so weiter und so fort und die E-Miles die halte ich gerade zu damit keiner mitbekommen kann was für eine E-Mile Nummer auf dem Gerät drauf ist so und jetzt wollen wir das Gerät auch rumdrehen und da kann ich euch schon zeigen ein ziemlich schönes Design wie man hier sehen kann also ein farbiges Design das hier von lila pink mäßig ne wie ist es violett heißt die Farbe runter geht bis nach grün und je nachdem wie ich das ins Licht halte hat es eben andere Farben also ein schöner Farbverlauf wie ich finde also hier auf jeden Fall grün helles grün und hier auf jeden Fall so ein violett und das hier zwischendurch wird das halt so ein bisschen bläulich und hier kann man mich auch selber sehen weil das spiegelt wie Hölle wir sehen die zwei Kamerasensoren wir sehen den Fingerabdruckscanner den kann man nicht drücken wie zum Beispiel beim LG Gerät LG G6 zum Beispiel sondern das ist einfach nur ein Fingerabdruckscanner und was sehen wir noch wir sehen den An- und Ausschaltknopf ziemlich guter Druckpunkt und wir sehen den Lautstärke Wippe die hat auch einen ziemlich guten Druckpunkt kein Spiel hier und ziemlich knackig knackig das finde ich gut hier sehen wir die Frontkamera und die zweite Frontkamera wir sehen die ziemlich kleine Ohrmuschel oder den Ohrhörer und hier sind befinden sich hier auch noch irgendwelche ja Sensoren dahinter würde ich mal sagen vorne ansonsten nichts unten haben wir hoffentlich ist es einigermaßen scharf kann man es auf jeden Fall erahnen ein Lautsprecher ein Loch für Mikrofon sicherlich irgendwo hier versteckt und ein USB Typ C Anschluss oder andersherum Lautsprecher Mikrofonloch na ich glaube hier ist der Lautsprecher und hier so ein Mikrofon und wegen der Symmetrie hat man hier die gleichen Bohrlöcher reingemacht oben sieht man einen Mikrofoneingang und ich glaube ja das war es dann auch schon an der Seite haben wir noch den SIM-Karteneinschub für die zwei Nano-SIMs oder die Speicherkarte und dann sind wir eigentlich schon durch mit dem Unboxing dieses Gerätes also ein ziemlich großes Gerät wie man sehen kann aber wenn ich jetzt mal ein Sony Xperia X daneben halte das nur 5 Zoll hat als Display sehen wir schon von der Breite her ist das also marginal breiter von der Dicke her ist es sogar dünner und von der Größe her ist es jetzt nicht so dass ich sagen würde hier die 6,2 Zoll waren es glaube ich dass das jetzt ultra ultra groß ist wenn ich jetzt mal hier das Gemini PDA daneben halte dann seht ihr das hat jetzt auch hier glaube ich fast 6 Zoll ein Display drin das ist natürlich immer noch ein größeres Gerät als das Umi Digi und wenn ich mal ein Blackberry daneben halte werdet ihr sogar sehen dass das Blackberry Key2 etwas länger ist als das Umi Digi und von der Breite ist es etwas dünner aber es fühlt sich gut in der Hand an das ist halt das was das Problem ist da oben wahrscheinlich dran zu kommen an die ganzen Display Ecken aber so fühlt es sich gut in der Hand an ich habe ein bisschen was Sorge was hier diese Rückseite angeht dass die zerkratzen könnte oder mit Fingerabdrucken sich voll saugt aber zumindest hat es das jetzt noch nicht gemacht also naja mal schauen aber sie haben auf jeden Fall eine Hülle mitgeliefert die einem dann auch hilft das Ganze dann zu bedienen nützlich auch die Hülle vielleicht um Dreck abzuhalten hier gibt es tatsächlich auch Tasten die in die Hülle mit eingearbeitet sind ich weiß nicht ob man das sehen kann aber da gibt es die Lautstärkewippe und den An- und Ausschalttaster und so kann man sicherlich auch ein bisschen was Dreck fernhalten es gibt Löcher Ventilationslöcher gehe ich mal von aus keine Ahnung wofür die Löcher da sind muss ich ganz ehrlich sagen weil die sind an komischen Stellen angebracht ganz ehrlich vielleicht sind die für die Antenne gedacht aber das kann ich mir nicht vorstellen wir sehen hier die Antennenstreifen angedeutet so ein bisschen und die ziehen sich halt hier fast schon symmetrisch eben an dem Gerät oben und unten wahrscheinlich ins Gerät irgendwo rein da aber die Rückseite aus ich glaube es ist Glas ich hoffe es ist Glas und kein Plastik ist sollte eben der Empfang auch sowieso solche Streifen eigentlich gar nicht benötigen und wunderbar funktionieren dadurch nun ja hier sehen wir das Umidigi Logo designt bei Umidigi es gibt ein CE Zeichen das ist kein gefälschtes CE Zeichen sondern das ist ein richtiges CE Zeichen Android Smartphone Assembled in China steht hier auch das ist ein chinesisches Smartphone und ja ich würde das Gerät anschalten und würde es natürlich unter die Lupe nehmen und ausführlich testen und euch dann einen ausführlichen Testbericht dazu geben das war das Unboxing des Umidigi die Z2 ich hoffe es hat euch gefallen falls ihr Fragen habt was ich alles testen sollte falls ihr wissen wollt wo ich das Ganze wo ihr das Ganze bekommen könnt all das werde ich natürlich dann auch beantworten ansonsten gebt einen Daumen nach oben abonniert fleißig und das war's für dieses Unboxing für diesen TagView Vlog двухblock 2 3